Hallo, mein Name ist Christian Rädl, einfacher Weltrekordhalter im frei oder abnahm Tauchen. Das freie Tauchen ist das Tauchen ohne Pressluftflasche. Wir verwenden speziell lange Flossen, um sich effizienter unter Wasser fortbewegen zu können. Ich wollte schon immer diese langen Flossen in einem Endless Pool ausprobieren, um einmal zu schauen, wie funktioniert das Ganze, wie passt das Ganze zusammen. Ich freue mich jetzt richtig drauf, das endlich einmal testen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Mega, ich kann es wirklich nur jedem begeisterten Schwimmer, Taucher, Triathleten ans Herzen legen. Es macht so viel Spaß da zu schwimmen. Die Wassertemperatur ist perfekt und das Schöne dabei wäre eigentlich, man kann das auch im Winter nutzen und das im eigenen Garten. Gerade in Zeiten, wenn wir zurückdenken können an die Pandemie, wo die Halmbäder zugehabt haben, man hätte das perfekt nutzen können als Trainingsgerät. Also ich habe mir eigentlich gar nichts vorstellen können darunter. Wie gesagt, ich habe das das erste Mal ausprobiert, war total begeistert, weil ich geglaubt habe, das wird so stark sein, dass man vielleicht nach hinten drückt oder ich kann da überhaupt nicht dagegen anschwimmen. Aber es ist alles regulierbar, es ist einfach ein angenehmes Gefühl. Es ist total witzig, man schwimmt auf der Stelle. Also auch das konnte ich mir am Anfang irgendwie gar nicht so vorstellen, weil normalerweise macht man ja immer Meter. Und dann denkst du, okay, irgendwas ist komisch, es schaut nicht mehr alles gleich aus. Also es ist schon zu Beginn eine sehr witzige Erfahrung auch dabei, aber einfach nur großartig. Also es ist schon zu Beginn eine sehr witzige Erfahrung,